so also du wolltest deine kacke sieben was möchtest du daraus haben holen ja gold aus deiner kacke kacke ist gold wert auch deswegen würdest du das auch gerne essen ist zu etwa auch gold nein also also wenn ich in so das war gerade handy störgeräusch wenn ich so ein übelst krasses jetzt ohne mich falsch auszudrücken das ist das rotlicht in so ein übelst krasses der hotel gehe wo die gold übers essen streuen ja oder denkst du ich bin so einer der das abkratzen zum fandleier bringt ne süße ich bin hier so eine arme so bei bei meinen kindern zum fandleier ja naja weil er von denen geld kriegst für sowas ja schon aber so ein paar gold streusel es gibt genug idioten die das kaufen würden für weiß ich nicht wie viel jetzt habe ich hier gerade einen fehler gemacht egal dort dort muss dort noch eh ne kohle rein ich muss auch gucken wo ich das im eland aufbaue es möchte irgendwo mittig sein kein einzigen kaktus sieht ich glaube es nicht aha wo ist schluck auf mann das war was ich habe gerade ja was ich habe gerade angefangen zu reden ohne zu überlegen es ist einfach schon gewöhnt einfach melden zu sagen und dann nichts so ist es oh den riesenturm Also immer noch nicht, okay? So, jetzt müsste es gehen. Äh, Arschloch! Immer noch nicht? Ernsthaft? Jetzt doch! Wo bist du hin? Kumpel! Freund! Komm doch mal her! Haha! Ich hab es! Melvin! Melvin, hier! Was ist das? Freund für dich! Guck den mal an! Der sieht aus wie du! Boah! Ich muss dir den halt angucken! Jetzt welche... Guck ich noch! Sieht richtig lustig! Oh! Denken! Hallo! Tschüss Kumpel! Vor allem, das sah eben gerade aus wie ein Pizzaschneider! Der tanzt da! Aber die Ohren, ey, die sind so episch! Das macht so ein Modpack mit den Goggleaugen, das macht immer wieder Spaß! Hm! Vor allem, wenn man Brutanie anfängt, kann man die auch selber herstellen! Ey! Das ist das Schöne! Ich brauche noch ein Diamantsieb! So, Melvin? Ja! Ich mache die nächsten 6 1k Storage! Jetzt fehlt mir wieder irgendwas! Glas! Glas! Da habe ich neues Glas! Oh! Äh! Ja! Hä? Dieses Diamond Sieb! Also dieses... Vier Diamanten und fünf Strings! So! Dann stellen wir die... Was? Wieso kann ich nur eins herstellen? Was fehlt denn mir da? Oh! Die Dinger! Äh! Redstone! Und das! Ähm! Das! Scheiße! Wie habe ich in die Teile nochmal hergekriegt mit Eisen? Gut! Äh! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Äh! Das war Quarzeisen! Das kriegt keiner! Mmmh! So! Ähm! Palum, Palum! 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 Paluf! Der Melvin fährt in den Buff! Man, warum immer ich? Äh! Wenn nun du auf dem Server bist! Dope Frage! Dope Antwort! Das würde ich sagen! Äh! Hehehe! Leck mich! Leck mich! So was von in die Fresse geschissen! Meine Mobfarm läuft über! Und mein Inventar! Dann leer ist! Bin grad dabei! Mein Inventar wird immer wieder neu aufgefüllt! Mann! Ich wollt gar keinen Kies sieben! Verdammt nun! Äh! Du Scheiße! Mann! Warum? Ach! Die Kiste ist randvoll! Ernsthaft! Weil es das Leben von dir verlangt! Ja! Vor allem! Ich hab... Ooooooh! Ich brauch auch noch ne zweite Trashcan! Ich hab gleich ne Dierkiste voll Lootbags! Boah! Apropos Lootbag! Ich bräuchte dann auch mal hier! Mopfer! Das fällt dir ganz schön zeitig ein! Ja! Also Melvin! Ja! Ne! Das vergesse ich! Äh! Ne! Das kann man nicht vergessen! So was ist Pflicht auf einem Zone! Ne Mobfarm! Ja! Also auf so nem Skyprojekt ist ne Mobfarm Pflicht! Weil da kommst du schon mal nen Haufen Zeug ran! Und die Dierkiste ist voll! Und da sind wirklich nur Lootbags drin! Und ich krieg immer neue! Boah! Mann! Fickt mich doch jetzt mal nicht hier! Die Kuchen will ich aber noch haben! Und das Redstone nehm ich gerne an mich! So! Und diese komischen Pflanzen! Und diese komischen Pflanzen! Ey! Kein Kaktus sieht! Warum? Ich weiß es nicht! Ich sehe viel grad zum Tode! Du hast das richtige Mesh? Ja! Ja! Okay! Warte mal! Äh! 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 Kaktus! 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 Was ist jetzt drinne gehabt! Ja! Ich hab' ich doch 15 Stück! Wirst du mich eigentlich ganz verarschen! Hast du bei mir überhaupt reingeguckt? Äh! Ja! Für die rote Farbe! Boah! Setzt zwei Sandblöcke hin! Los! Äh! Bitte einen dazwischen freilassen! Au! Ach! Weil wenn! Ist äh! Ist äh! Bei dir! Und so! Hä! Warum fängt der von vorne an? Was fängt von vorne an? Was fängt von vorne an? Hat er grad... Hä? Hat er grad gebiszt? Ich glaube er hat grad gebiszt, obwohl ich nicht... Du musst natürlich auch nen Hebel anbringen, um den auszuschalten, sonst macht er das die ganze Zeit... Wie? Der ist die ganze Zeit an? Ja! Äh! Wusstest du das noch nicht? Nee! Na dann weißt du es jetzt! Dann weißt du es jetzt! Danke! Bitte! Ich helfe dir gerne weiter! Ja ja! Nur manchmal zu spät! Ja! Ich dachte du weißt dass es man den ausscheidet! Weil äh! Strainet hab ich ja ohne Hebel dran gehabt! Ja! Aber ich dachte zuerst der wäre die ganze Zeit äh! Von Anfang an aus! Nee! 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 Und meiner hat noch 267.000 RF drin und das reicht noch! Das reicht noch! Ähm! So! Der ist... Die Dinger! Ja! Das Redstone und das Pattern Ding! Der Hebel ist aus! Das! Und das! Ja dann bleibt es jetzt auch aus! Ich will jetzt auf... Stadium State Off! Und Redstone Mode Deactivated! Redstone... Ja! Äh! Redstone Mode Deactivated! Genau! Ist richtig so! Schlichen! Blödes Huhn! Haha du hast ein blödes Huhn! Ich hab schlaue Hühner! Die kacken Holz und Sand und Gravel und Flint! Und... Machen Deine nicht! Hehehehe! Das stimmt! Fein! So! Magnet raus! Und wieder zum Opfer! Ich hab bestimmt schon wieder massig alle Looten! Hab sich ja echt... Hab sich ja echt... Ganz ehrlich... Ich grafe jetzt die Weißen und die hier haben alle zusammen! Hehehehe! EEEEH! Eeeeh! Dei Greasy... Dei Greasy... Dei Greasy... Dei Greasy... Jetzt brauche ich erstmal einen Ort für meine Hühner. Das lustige ist, ich kann wirklich bald eine komplette Folge nur mit Lootbacks öffnen. Und anfangen. Ich habe eine Diakiste voll Lootbacks. Die weißen mache ich jetzt schonmal alle zu grünen Lootbacks und die grünen mache ich dann zu lilanen. Und wenn ich gut bin, mache ich die lilanen zu leuchtenden lilanen und die mache ich dann zu gelben. Oh Gott, ich muss mal ganz kurz einen Cut setzen hier. Ich muss mich auch für den kurzen Cut entschuldigen. Der menschliche Körper hat Bedürfnisse, die erfüllt werden müssen. Mehr sage ich nicht. Es geht weiter mit den Lootbacks. Kommt her meine Hühner. Kommt, gesinnt euch zu mir. Ist die Sarah bei dir? Boah! Eik! Ja? Du lässt es auch nicht sein, oder? Nö! Nö! Warum auch? Stimmt, du bist der Eik! Ich weiß ja nicht mal, ob die Sarah die Folgen gucken tut. Ich hoffe nicht. Es gibt gar keine Folgen. Ah, Zombie! Komm! Ich hoffe doch, dass sie eine Folge guckt. Damit du siehst, was für ein kleines, versautes Schweinchen du bist. Äh, was? Du baust Penisse. Du baust Penisse. Hast bald ne... Das warst du! Hast bald ne Insel aus Boobs. Boobs? Warte, warte mal! Boobies! So, wenn... Weil du lachst, du kriegst dann den Ärger ab. Das ist dir klar, ne? Warum bekomme ich den Ärger? Weil du wegen sowas lachen tust. Komm, das würde sie genauso tun, hättest du sowas zu mir gesagt. Okay. Ach, ich soll deine Boobs bauen. Okay. Wie viel Pixel brauche ich da? Ein Viertel? Äh... 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 Nee, komm. Was? Nee, hast du doch mehr Boobs? Boah, Mel, sag mal, bist du jetzt ein Kerl oder ein Weib? Ein Kerl! Also doch bloß einen halben Pixel. Warte! Weißt du eigentlich? Ja! Sprech dich auch! Irgendwann reicht's nun auch! Ich werd mal mit der Sarah ein ernstes Würtchen reden müssen. Nee, musst du nicht. Oh doch, das muss ich. Musst du nicht? Oh doch, das muss ich. Kannst du eh grad nicht machen. Doch, ich hab ihre WhatsApp-Nummer. Ghh. B Season 2 Scheiße, wa? Mmmh Mmmh, 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 ja. Ach Melanie! Du kleiner Elefant, bist in jedem Land bekannt. Das ist mir ein richtig fieser Dreckssohn. Wenn man's so formulieren will. Formulieren? Was ist ein Formulieren? Ich kenn Formulieren Geil Oh Gott, wie nenn ich Wie nenn ich einfach nur die Folgen Das ist ja episch Formulieren So wird die nicht Ah, ich muss eh off Oh nein, lass mich nicht alleine Die Folge ist eh zu Ende Ja, dann mach ich die nächste noch alleine weiter Und dann war's das für heute auch schon